Hallo und grüße euch in der Lucky Dog Online Hundeschule. Mein Name ist Inja Berger. Ich bin schon seit sehr vielen Jahren Hundetrainerin, Hundephysiotherapeutin und Tierkommunikatorin. Mein Ziel ist es, die Trainingshunde in die Alltagstauglichkeit zu bringen. Das bedeutet einerseits das Zusammenleben zwischen Mensch und Hund und den Hunden untereinander zu verbessern, andererseits die Lebensqualität von Hund und Hundebesitzern zu erhöhen. Der Sinn dieser Trainingseinheiten liegt in erster Linie darin, den Hundeführern den richtigen Umgang mit ihren Hunden beizubringen. Meine Assistenten sind Winnie, Teddy und Faye. Sie zeigen euch, was Alltagstauglichkeit ist. Spielerisch wird die Aufmerksamkeit trainiert. Alltagssituationen wie das Begrüßen von Menschen, der Weg zur Bank oder in eine Gaststätte, das Verhalten bei Begegnungen mit Radfahrern oder Autolenkern, und das Verhalten im Straßenverkehr generell sind wichtige Eigenschaften. Das versteht Hundetrainerin Inge Berger unter Alltagstauglichkeit. Und keine Angst, das schafft auch ihr. Kleine Hunde sind übrigens genauso lernfähig wie große. Ein wichtiges Thema sind in diesem Zusammenhang Problemhunde. Kennt ihr das? Der Hund zieht an der Leine. Er bleibt nicht alleine in der Wohnung. Er hetzt Autos, Radfahrer, Jogger. Er kommt auf Ruf, aber nur dann, wann er will. Der Hund knurrt mich an, um nur einige Beispiele zu nennen. Und wie alltagstauglich ist euer Hund? Um eurem Hund eine Top-Alltagstauglichkeit anzueignen, stehen drei individuelle Übungsvideos zum Download bereit. Für dringende Fälle kann Inge Berger persönlich kontaktiert werden. Einfach eine E-Mail schreiben. Bis mit bald. Bis mit bald.